Hallo und herzlich willkommen zurück bei DERCHO TV. Wir spielen Life is Strange und mein Name ist Lars. Und das war absolut die richtige Reihenfolge. So, wir sollen uns jetzt hinsetzen, weil es jetzt geil Bacon gibt. Ja, Bacon. Bacon. Bacon und Ei. Und jetzt kann man uns so ein bisschen hier angucken. Ich glaube, niemand wird hier die Pläne wahren. Bacon. Bacon. Danke dir so viel, Joyce. Ich werde nie diese Pläne verlassen. Gut, du kannst es clean. Essen? Junge, das ist Bacon mit Ei. Das muss man essen. Bestes Essen der Welt. Nach Pizza. Obwohl, Pizza? Burger ist aber auch schon geil, wenn es halt nicht so ein McPuppig Burger ist. Boah, nein, ich esse jetzt nicht vom Reden. Ich rede jetzt nicht vom Essen. Bring those eggs and bacon to my belly. Ja, dann isst doch. I guess nobody waters the planet here. Kates life was sure worth a nice exploitive headline. Sie independent. Plötzlicher Schneewall und die überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor. Schülerin springt an der Blackwell Academy öffentlich in ihren Tod. Ja, ganz unten links, ey. So, ja. Kann ich aufstehen? Ach so, oh. Oh, we must. Oh, we must. Seeing you again. Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy choice. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Defensible to my guy. Wow, sir. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh. It was the last picture he ever took. He had his car out right after this. I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be more weird. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. I'm sorry. Ich find auch noch so ein Mensch, der liebt Fotos in echt in der Handshade. Nicht auf dem Laptop, nicht auf dem Handy. Sogar auf dem digitalen Bilderrahmen ist das kacke. Ich will die bei mir an der Wand hängen haben. Am besten das ganze Zimmer voll mit besten... Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. Ähm, von einem Community-Treffen von einer Gruppe Rocket Beans Typen. Also, so Rhythmus, da habe ich hier hängen. Ich habe ein paar von meiner Ausbildung von Offerbrück, von meiner Familie hier und sogar welche von Nerds da treffen, habe ich hier hängen. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich das mal gespielt habe, das Spiel. Und da, also jetzt müssen wir erst noch mal an den PC gehen. So, hier benutzen. Ich glaube, Stepdouche war falsch. Tja, ich weiß aber schon, wo ich den Hinweis finde. Unter der Sonne. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce. Falls Sie ihn vergessen haben sollten. Das könnte ein nutzendes Passwort sein. Toast, Eierwurstchen, Kaffee. Warum schallst du hinten nochmal Joyce? Wenn vorne Joyce draufsteht. Das ist unlogisch. So, Laptop. Familie. Ja. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Fragezeichen, Fragezeichen. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgt, folgte Rachel zum Leuchtturm. Der Polizei, bla. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwood Academy wegen des Bittes von Rauschgiften aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtet, ein verdächtiges Medikamenten-Koffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber, zur Befragung, die mit Drogen und Verleugnungen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Sie anhangen für die teilte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung für Vortex-Party-Regen. Drogen? Kate mit ihrer Kirchegruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate bräuchte länger im Bad als alle anderen Drogen. Drogen? Sag Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsene mit Spitzbad. Drogen? Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Drogen. Selbst von der Kirche. Drogen. Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. Drogen? Das ist so falsch. Oh, schreckliche Bistur. Aber schön entsperren lassen. Chloe hat sich jetzt über das Thema gesprochen. Es ist nur eine weitere Sache, die sie schmerzen und schmerzen. Oh, ich sollte wissen, dass Chloe nicht durch eine Stunde durchführen kann, ohne zu kreieren Drama zu machen. Eine von meinen Gästen ist missing. Schönen Abend. David, bist du schon wieder zurück? Ich muss nachzudenken, nachdem ich die Vandalismus-Reports geschrieben habe, letzte Nacht. Was hat sich passiert? Some little shit-ass-Punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC-bullshit colleges. Entitled students taken over the campus. Hm, ich bin krampi. Do you know for sure it was Black Whale-Students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. With an Überwachungsstaat. Figures, you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween-Kostume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations and Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Warum sollten wir für David Partei ergreifen? Das ist nur, damit man das Spiel nochmal spielt. Für Chloe Partei ergreifen. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. Me, 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 me. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Hurensohn. Hurensohn. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Hurensohn. Hurensohn. Ja, ich hör auf. Das passte gerade nur so wunderbar in die Dramaturgie dieser Folge. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not going to believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that going to prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything for his sake. Huhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuhhuh. Das passt aktuell so gut zu diesem Spiel, weil das Spiel voller Wechsel ist. Aber ich glaub, es ist... Ich finde das so geil, dass Charaktere geschrieben werden können die man hasst und die man wirklich hasst Ein Snack für den Köder Ja, vom Papa in SMS Maxine, Papa hier Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe Ich weiß, du bist traurig, aber dein Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht stehend getan hast Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest stehen dir die Türen immer weit offen Danke, Papa Es war hart hier Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen Bis später Max Max So 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 Hello Good morning How are the fish today? Don't ask First the snow Then an eclipse was next the tornado you don't think it could be like climate change or something climate sure has changed around here just saw that Prescott Bratt having a fit by himself in the parking lot isn't he always having a fit in the only one you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay sorry I'm too pissed to talk about it they're around kid and then another one quatsch you morning don't I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay well since you mention it first there ain't no fish in Arcadia Bay what come on none none worth catching and eating anymore I'm not shitting you salmon trout bass have died in my great abgewandert even the damn clams are dying oh my god but what about sorry it's too salty to talk about it zero out of kid hey how's it going peachy interview over a bad day at the office work is dried up around here and I have bills to pay time is money with a guy like me that sucks wish I could drive out a goddamn Arcadia Bay the whole town is crumbling snow eclipse that's what suicide it's not suicide Kate Marsh was not a slut she was severely depressed for good reasons you didn't even know her did you I know all these black well spoiled shit like that other loser I'd see around here Rachel you knew Rachel amber can you tell me about her nope Christ don't you get a real job instead of homework I'd love to see you black well turds try to drive my 1977 Needham 18 Wheeler out there like I said interview over hey peachy actually I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18 Wheeler out there how the hell did you know that my friend Rachel amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers you knew Rachel she sure didn't give a rat's ass about truckers or real work oh so you must have known her too only from the diner she was just a gold digger she belonged in California with all those you know who arschgeigen good riddance but you can take pictures in my truck any time take care geil photo machen photo und ein zusätzliches foto kachin bildersucher und dann gehen wir rein good lord bacon i'm ready to nosh again but i need to get those keys from okay so offiziell ausverkauft aber ich habe uns ticket organisiert musste dafür ein paar typen verscheuchen verdammte nerds er ist doch selber der größte nerds okay eine schüssel holen wir uns gerade noch stain und Wait you have serious balls little girl but hanging out with chloe playing with guns and dressing up like rachel doesn't make you cool or tough what the fuck do you want Ich denke, ich habe einen Bild von mir, und ich werde deinen Kameraden verletzen. Wie wissen Sie, dass diese Rache sind? Denn sie sieht schön aus, und du bist wie ein Arschluss. Du bist glücklich, dass ich das von dir genommen habe. Du holst dich aus, und wir schauen uns den R.V. Wir schauen uns nicht. Du wirst mich aus. In anderen Worten, Max, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mit dem Officer, oder sogar Nathan, und dann gehe ich auf sie und gehe auf sie, bis ich das Endverlust bekomme. Verteilen. Ja stimmt, ein bekannter Drogenabhängiger bringt oder will ein junges Mädchen verletzen, obwohl da gerade ein Polizist sitzt. Aber wisst ihr was? Der Schlüssel. Den holen wir erstens in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen Hammer, morgen, Mittag oder Abend. Wiederschauen, reingeschauen. Reingehauen, reingeschauen.